Simol ist eine Firma, die sich auf die Planung und Produktion von Stützfüßen und Stützrädern spezialisiert hat, welche mit jeder Art Anhänger- und Anhängergeräte verwendet werden. Unsere Tätigkeit hat im Bereich der landwirtschaftlichen Maschinen begonnen. Später nahm das Unternehmen auch Lieferungen für Autoanhänger, für Maschinen für die Bauindustrie und für Fahrzeuganhänger und Sattelauflieger in sein Produktionsprogramm auf. Neuerdings ist Simol auch im Bereich der Maschinen zur Straßeninstandhaltung, Winterdienst und Schneeerzeugungstechnik tätig. Dementsprechend haben wir für eine flexible Organisation gesorgt, welches uns erlaubt, unseren Kunden maßgeschneiderte Produkte anzubieten mit einer effizienten industriellen Produktion. Wir haben in den Jahren versucht, uns ständig zu verbessern. Durch die technologische Innovation, die Zusammenarbeit mit den Universitäten und mit den Kunden und nicht zuletzt durch die Weiterbildung und kontinuierliche Wertschätzung unserer Mitarbeiter. Eine Weiterbildung, die gezielt und fachlich ist. Simol setzt seit jeher auf Innovation, auf Forschung und Entwicklung. Demzufolge haben wir Novel Jack im Rahmen der Precision Farming entwickelt. Novel Jack ist ein intelligenter und interaktiver Stützfuß, der mit dem mit ihm durch Esobers verbundenen Fahrzeug kommuniziert. Der Stützfuß ist dank der fortgeschrittenen Sensoren, mit welchen er ausgestattet ist, in der Lage, eventuelle Gefahren festzustellen und seine Betriebsrat ist völlig automatisch. Simol ist derzeit weltweit in 50 Ländern anwesend. Seit Jahrzehnten bieten wir unsere Dienstleistungen in Ländern wie Kanada und Südafrika an. Neuerdings sind wir in den USA, Australien und Neuseeland besonders aktiv. In letzter Zeit haben wir Russland, Katar und Saudi-Arabien in unsere Zielländer eingebunden. Warum entscheiden sich viele Kunden für Simol? Weil wir in der Lage sind, nicht nur ein Produkt zu einem bestimmten Preis anzubieten, sondern auch eine gute Beratung, um das beste Produkt für die vom Kunden gewünschte Anwendung zu finden. Wir sind für diese Aspekte bekannt und werden durch sie weltweit zum Maßstab in unserem Sektor. Wie man fühlt das oft dann? Was für mich mit coding macht? Wie man fühlt sich in unserem Saktor?